Zauberfuß, Leute. So, es ist wieder Schweizzeit. Schweizer Vulkane. Das machen wir so kleine Blisterkarten da. Oder überhaupt halt so ein Blister. Zwar von Läubli. Oder halt die Vulkane sind Läubli. Ja, Vertrieb anscheinend der Vekoswiss. Läubli Vulkane. Das sind die ganz kleinen. Und da haben wir was Spezial. Grün, dann Silber, was Blau. Dann haben wir Gold, Gold, ja klar. Und der Spezial in Rot. Ja. Und, was haben wir denn da? Einnehmen. 33 Gramm. 25 Sekunden. Dann. Oh, da lässt man schon mal. Schmuck mal drauf, das Ding. 10 Sekunden. 10 Sekunden. So, dann machen wir mal einen grünen, mit I33 Spezialrüh, so gehst du wie du mit den Klammern. Potscher, Potscher. Ja, ich sag, für das, dass sie so klein sind, sind sie nicht schlecht. So, dann machen wir mal einen blauen, jetzt war er 30 Gramm, das war dann der Silber. So, dann machen wir mal einen blauen. Da muss man schon so brutal die Schweizer Vulkan haben, sogar wenn man die kleinsten da hat. Brutalszweig. So, der Gold ist mit 36. Das war's. Das war's. Das war's. Naja, Gold war jetzt nicht so gut und da haben wir noch eben ein Spezialortendesign mit 33 Gramm. Oh, verdammt! Die sind aber echt gut! Wahnsinn! Ja, tippiduppi, die vier Kleinen. Aber das war's ja schon wieder gewesen. Also bis zum nächsten Mal und Servus!